hallo meine freunde und herzlich willkommen ich begrüße euch zu einer neuen folge the forest mit packender und spannender action zusammen mit dem paraderos viel spaß dabei ja jetzt ist er weg dann ich muss mal gucken jetzt muss ich ihn gleich neu einladen machen wir mal eben hier ja hörst du mich ja was ist denn das ich höre dich aber du hast mich nicht ich weiß ich nicht du bist aus dem spiel geflogen nein sobald ich sobald ich jetzt so wieder ins spiel reingehe ich höre dich ja und im spiel bist du auch am laufen oder du gerade ja du läufst da hinten auf jeden fall ich bin hier an einer seite anbauen was war denn das kannst du nicht sagen war aber merkwürdig verbindung ist konstant also die funktioniert das verstehe ich nicht blöde schwein so wieder ein schweinchen mehr das wird dunkel so dann hängen wir das mal hier gleich mit auf wenn noch platz sein sollte wie viel stöcke habe ich denn sechs reicht für noch eingestellt was habe ich denn hier für ein fleischstück drin weiß ich nicht ein kleines ein kleines stück jetzt mache ich mit dem ding da kannst du gleich auf den grill hauen das kann ich nirgendwo hinhängen ne hinhängen kannst es nicht und ich weiß auch nicht wie man das so ist weiß ich da ins feuer wenn es fertig ist müsste doch eigentlich gehen oder an und für sich ja also wenn es im feuer liegt dann sollte das glaube ich funktionieren ja es kugelt vor sich hin effekt schon mal ich weiß auch 200er rein und dann brennt das gut teures steck ja so gehört sich das ne essen hier kein billig zeug keine ahnung was das war kann ich dir auch nicht sagen habe ich auch noch nicht gesehen aber gut dass du wenigstens nicht raus warst weil ich hätte jetzt nicht gewusst wie ich dich sonst wieder ins spiel kriege ohne das spiel selbst zu verlassen das beste ich habe versucht wer ist es denn einer mit einer fackel hallo also hier mit einer leuchte auf dem kopf ganz ganz heller ja aber der hat angst naja halt nur so der hat keine angst ja wenn er vor mir wegläuft dann ignoriere ich ihn und bring mein holz nach hause ich könnte jetzt ja fragen wo er ist es sind mehrere echt ja ich hier stück ich ignoriere trotzdem vielleicht kommen sie ja alles zum feuer gottes willen sie greifen hallo junger mann hat er hier judo gelernt oder was ist mit ihm los lauf nicht weg junge ach mann da kommt der andere ja ja einer ist abgehauen oh gott ich habe daneben geworfen wie geht das noch mal der die ausgelacht ich habe jetzt zwei von denen ich habe einen zahnsteuer wieder also ich bringe die schon mal nach hier läuft schon wieder einer rum bring die mal richtung feuer so langsam dass sie uns nicht dies bohren der fleisch liegt ja auch noch drauf ich kann mir das mal eben kannst du machen ich bringe neues die weißen werden erstmal mal lieber nicht ist noch einer liegen wenn man auf die einschlägt da fallen dann die arme und beine ab und so ja die kannst du abhacken genau ja die kannst du dann nehmen und auf den trocknungsgestell legen ja aber ich will die nicht essen wenn ich ehrlich bin ich auch nicht wirklich ich sag nur die option besteht ja ich suche nur gerade denn da liegen noch zwei hier ist noch einer ja hier ist einer bei mir ja ich meine da liegt auch noch ein fertiger ein fertiger wir sind fünf bringen sie nach hause was geht denn mit denen alter aua irgendeiner für den haut mich die hören alle die laufen doch immer wieder weg leider die weiber die können immer was ab ne das ist unfassbar ich habe auch keine ausdauer mehr verdammte axt ja auf jeden fall alle zum feuer bringen das wäre nicht schlecht dass gerade ausgegangen ist macht aber gar nichts wenn wir gleich anmachen wenn die da alle drauf liegen sind einige ich glaube wir brauchen gleich irgendwas zu knochen viel viel größeres feuer weil müsste hier oben irgendwo noch einer liegen könnte jetzt sagen kennst du den film 300 ich habe den glaube ich nicht gesehen nein die bauen mit solchen leuten in der mauer abschrecken der gegner das hilft hier aber komischerweise nicht habe ich das gefühl verbrennen die finden sie ja dann nicht mehr okay mist wir müssen alle noch mal runter nehme ich komme nicht ans feuer daran da ist es feuer anziehen gefällt mir hier irgendwie das ist das letzte mal haben wir noch weifel gehabt ob das der richtige punkt ist ja jetzt auf jeden fall ich finde es auf jeden fall geil wir wissen irgendwas mit den schädeln und auch machen wir haben so viele schädel da gibt es leider kein lager für welche lampen ja auch meine baum hat für und also ein schnick schnacken warum habe ich 28 stück ok das war schnell ein paar rüstungen bauen und die knochen weg kommen aber ich habe unser feuer kaputt gemacht ich idiot ich mache auch gerade ein paar rüstungen ja gut wenn unser feuer hier kaputt ist brauchen wir uns gleich ein neues würde ich sagen man kann irgendwie glaube ich zehn stück auf lager haben zehn rüstungen dann nehmen wir den angekohlten mal mit soll ich noch so ein feuer bauen ich überlege gerade wohin ach so nicht mehr dort ok wenn es da jetzt kaputt ist also ich hätte halt wenn wenn dann schon alles irgendwann mal hier oben drauf dass wir hier in sicherheit sind mehr oder weniger vor allem und eben du kannst ja auch ein richtiges feuer bauen du meinst das große ähm feuer stelle warte mal ich muss mal gucken feuer stelle ähm auf der linken seite zweite von rechts zweite seite was ich habe feuer einfaches feuer standfeuer leuchtfeuer lagerfeuer ja 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 geh mal auf möbel das ist auf der linken seite im buch du hast ja eine rechte seite und linke seite wenn du es aufschlägst mhm auf der linken seite oben auf diesen reitern das zweite von rechts äh da sind auch möbel du kannst möbel bauen eine bank ein tisch ja die suche ich gerade da ja auf der zweiten seite feuer ach der kamin ja ja das ist aber auch das ist nur der kamin da ist kein feuer bei das muss man trotzdem noch extra reinbauen ja okay das ist dann ja hier also lagerfeuer ja hauen wir hier nochmal ein lagerfeuer hin und zwar wenn dann würde ich hier auch gemütlich an der sitzecke irgendwie mit verbinden würde ich sagen oder also hier so hin selbst von der position wenn wir jetzt mal sagen die sitzmöglichkeit war hier eine holzbank super super so ich brauche noch ein bisschen was steht ein bisschen weit weg jetzt haben sie aber auch wäre verluste gehabt die guten ich würde auch mal so sagen aber selber schuld wenn die uns angreifen ich weiß noch beim ersten mal ihr habt noch voll gut zu tun gehabt hier und jetzt ratzat fertig ein halbes doof ausgerottet ich hoffe man wenn man hier sitzt dass man sich nicht verbrennt ich gehe mal da unten was essen eben ich habe nämlich mächtig hunger sehe ich gerade ja brennt schon das war gar nicht anscheinend das ist ja auch mal so das war ich auch mal da bin ich habe da Aber zwei Sachen, weil ich hab eben schon ein verdorbenes gegessen. Dieses Schildkröten-Ding, wo bauen wir denn das hin? Ähm. Hier mit neben die Trocknungsdinge, oder? Ja, hier wollte ich ein Dach drüber, es muss ja glaube ich offen sein, ne? Ach so. Wollen wir mal gucken, dass wir die Wände mal fertig kriegen, dann können wir ein Dach draufsetzen und dann können wir vielleicht, weil ich würde hier auch noch einen Zaun ziehen wollen. Ich hab schon wieder was gehört. Ja. Wetten, der ist hier unter uns? Oder der kämpft gegen irgendwas anderes. Ja, der kämpft gerade unter dem Boden. Ah, da hoppeln die Häschen weg, schade. Ja, da hinten ist er. Ey. Kollege, da unten ist keiner. Der schläft. Gleich schläft er wirklich. Ja. Jetzt für immer. Äh, ich hab nicht. Hab ich. Hast du schon, oder? Das ist schon genial gemacht, ey. Kommen sie von unten nicht hoch, da hören wir sie gleich. Ja, ich glaube, wir haben das hier gut positioniert. Auf jeden. Ähm. Boah, Stöcker. Wir brauchen unbedingt Stöcker. Einen ganzen Haufen. Und wir waren die Nacht nicht schlafen, das ist auch doof. Wir müssen mehr schlafen gehen, damit die Bäume nachwachsen. Vielen Dank.